Chavea kocht. Heute Chicken Jambalaya. Zuerst schneiden wir die Paprika. Ich mache das immer so, dass ich die einzelnen Elemente vom Popo zum Dach abschneide. Dann bleiben die weißen Stellen da drin schön weg. Machen wir ein paar Mal. Dann ist das Gerippe übrig. Dann werden die ganzen Dinger in Würfelchen geschnitten. Also hier entwindlängs. Drehen und würfeln. So lange bis der Stapel weg ist. Das tun wir zur Seite. Dann nehmen wir als nächstes die Sellerie-Staude. Ich schneide sie gerne in feinere Stücke. Das ist Geschmackssache. Die Tomaten erst alle halbieren. Das finde ich angenehmer. Dazu braucht man ein wirklich scharfes Messer. Dann geht das gut. Erst längs schneiden. Einmal komplett. Und dann quer. Dann hat man auch da kleine Würfelchen. Dann kommt die Zwiebel. Schälen, einritzen, würfeln. Kennen wir schon. Knoblauch pressen. Knoblauch pressen. Schälen. Und dann hacken. Schön fein. Normalerweise kommt in das Rezept Chorizo. Hatte ich nicht. Wir hatten nur Mettenten und Rindswürstchen. Deswegen habe ich das genommen. Auch in Würfel schneiden. Alle Zutaten zusammen. Inklusive dem Huhn. Und der Reis kommt später dazu. Fett erhitzen. Zwiebeln anbraten. Wenn das gemacht ist, die Wurst mitbraten. Explizit. Dann kommt das Huhn mit rein. Auch anbraten. Den Reis mitrösten. Eine Tasse habe ich hier genommen. Knoblauch mit rein. Sellerie, Paprika. Alles ein bisschen anschwitzen. Wenn das durch ist, Tabasco und Salz zum Würzen. Zum Schluss die Tomaten, damit das Ganze noch ein bisschen einkocht. Ich nehme gekörnte Brühe mit da rein. Und Wasser. Man könnte aber auch, um die ganze Sache zu kochen, direkt vornehmen. Und dann wird das kochen gelassen. Bis sich der Reis vollgesogen hat. Und dann hat man ein Topf Reisgericht. Erfolgend mit Koriander und Rauhlauchzwiebeln garniert. Einwandfrei. Richtig lecker. Ganz simpel. Nach Belieben scharf machen. Guten Appetit.